Richtung Nordwesten-Norden ungefähr. Nordwesten, okay, das kommt halt die andere Seite. Auszupassende Musik? Ja, ist schon passt. Alles perfekt. Das heißt nicht rechts, sondern Backboard. Okay. Rechts! Oh Gott, ich glaube, wir strahlen... Oh Gott, oh Gott, seht ihr den Stein? Oh Gott, seht ihr den Stein? Oh Gott, das schaffen wir nicht. Oh fuck, oh fuck. Nein. Warte, 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 ich hab alles in der Kontrolle. Es klappt, okay? Das wird alles gut gehen. Oh shit. Oh! Ich auch. Oh shit. Ich komm mal unter der Kopf für Waffen haben. Ach du Scheiße, alles nass. Ernsthaft? Das ist Izzy gewesen. Okay, jetzt bringe ich uns langsam auf Kurs. Alright. Ich geh mal nach oben. Ich probier mal ein bisschen rum. Ah, die See ist heut ruhig, es ist wunderschön. Es wird ne gute Reise, ich sag's euch Leute. Es wird alles gut. Reicht schon mal warten auf uns. Shit. Oh Gott. Oh je, oh je. Gott, dieses Wasser, Alter, ist das so geil. Nordwest, ja? Das ist echt mega geil. Guck mal, nach links, Alter. Es ist einfach nur, es ist unglaublich, Alter. Es ist optisch Wahnsinn. Gott, mir wird schlecht. Es ist halt echt schon hart. Also in VR könnte ich das, glaube ich, nicht spielen. Oh weh, Alter. Oh, das wäre der Wahnsinn, Alter. Geil. Ich würde nur am Strand sitzen und geh in den Horizont gucken. Oh. Ja. Und Instrument spielen. Ey, wir sind an der Insel vorbeigefahren, die ist jetzt genau links von uns. Ja, Leute. Esi. Du musst es komplett umdrehen, jetzt ab in den Süden. Ey, ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Ey, was geht'n? Der Sonne hinterher. Fuck, Alter, was ist los hier? Regnet's gleich? Fuck, nee, ihr dreht irgendwie immer von der einen Seite zur anderen, aber nicht in die richtige Richtung. Ja, ich wäre sonst, wir werden sonst zerschellt an einem Felsen, Baby. Okay. Drehst du eigentlich schon? Ja, ich bin dabei. Echt? Ja, das ist unglaublich langsam. Es ist unglaublich langsam, das Schiff, okay? Also es ist unglaublich träge. Soll ich vielleicht das vordere Siegel auch nochmal einführen? Oh Gott. Oh Gott, warum ist jetzt... Achso. Boah, das war jetzt gerade gruselig, Alter. Die Musik hat aufgehört und das ist alles zu grün. Das war ich. Du bist grün? Nee, ich hab's recht aufgehört. Ja. Hä, fast zur Hölle. Was ist denn das für ein Sound? Was ist denn das? Ey, Alter, hier schießt jemand. Da kommen Kanonenkugeln. Wo denn? So, auf uns wird geschossen. Wo denn? Hä? Hier, hinter uns, schlägt's ein. Jetzt wieder zu weit? Dramatische Musik? Alter, hier ist überhaupt nichts. Oh Gott, Alter. Sie haben da so viel getrunken. Du bist wieder zu weit, du musst wieder mehr zu schlägen. Ich geh jetzt vom Kartentisch. Wenn dir das jetzt verfehlt, dann weiß ich auch nicht. Ich bleib oben, ich guck ein bisschen. Aber du kannst ruhig noch ein bisschen Gas geben. Also ist noch ein bisschen. Die kleine Insel da, ja? Ja, ja, genau. Okay. Okay, okay. So, wie komm ich denn hier von dem Ding ran? So, ab. Okay. Ich, 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 dingstens mal das Segel. Ich, ich geh mal runter und mach mit Wett den Anker. Ja, der Anker muss auf alle Fälle. Der steht bei mir auch schon. Bei Wett steht da schon. So, Anker ist der ein großer Geiz machen. Der ist aber so. Oh, jawoll. Kannst du das nicht rüber oder was? Los geht! Okay, los. Plündert. Plündert. Hier sind Schweine. Oh, hallo. Oh, okay. Jetzt komm ich doch mal. Nicht Schweinchen. Hier ist ein Meerschweinchen. Ist das ein Meerschweinchen? Ja, Mann. Ja, Meerschweinchen. Oh. Ich will das umbringen. Kann man das essen? Nein! Das kommt mit aufs Schiff. Das wird unser Schiffsschwein. Achso, kann man die mitnehmen? Alter, wenn jemand dem Schwein was tut. Ich sag's euch, Alter. Echt? Lass dich aus. Gibt's ne Meuterei oder was? Komm, Schwein. Lass dich fangen. Grunz, grunz. Ich hab ne Kiste. Verdammt. Ich hab ne Ankerkugel. Ich hab Munition. Sehr gut, sehr gut. Ihr macht das sehr gut. What the fuck is this? Eine Ankerkugel. Eine Ankerkugel, okay. Aber keine Ahnung, was ich kann. Ich will übrigens schneller gehen, wenn noch einer mithelfen würde. Ich hab schon eine Kiste an Bord eben gebracht. Wir haben's nicht eilig, okay. Alter, hier gibt's ja voll die krassen Sachen. Kann man mit der Schwimmen oder? Ja. Kannst du. Können wir das kleine Boot hier mitnehmen eigentlich? Du kannst doch mit auf alle Fälle paddeln, ja. Aber das können wir jetzt. Also hier ist noch ein Schweinchen. Oh, ein Milka-Schweinchen. Kann man Schweinchen mit Elka-Schweinchen? Ein Milka-Schweinchen, hab ich gesagt. Kann man die fangen oder was noch? Ich weiß nicht. Ich dachte eigentlich. Was sind das hier? Sie geben doch bestimmt Bacon. Oh ja. Was? Grocks Code at by Shipwreck Bay liefern. Hier ist ne Karte. Äh, ne Kiste. Genau, nimm sie. Soll ich die jetzt hier einfach unter Deck stellen, die Kiste? Ja, genau. Wie komm ich denn auf das Schiff hoch? Da gibt's Leitern an einer Seite. Ah, okay. Hier, ich muss ja schon was sagen. Das sieht echt scheiße aus, so ein Schiff, ne? Wieso sieht denn das scheiße aus? Ja, voll alt und so. Mach mal ein Paintjob, Alter, und ein Spoiler. Blowjob, Junge. Mach doch mal ein paar Neon drunter. Ich bin grad dabei, es tiefer zu legen, okay? Entspannt euch. Okay. Wollen wir das Ruderboot mitnehmen? Das geht nicht. Doch, wenn die Karpune dran ist. Die Karpune? Und da sind die Karpune. Und da sind die Karpune. Wo habt ihr die Sachen hingestellt? Das hat keine Paddel dran, ne? Ganz unten. Oder wo? Meine hab ich hier. So, ich hab's jetzt festgemacht. Hier hab ich meine hingestellt. Achso, du auch, lol. Wie kann ich das nicht ablegen? Waren auf der Insel noch Paddel für das Ruderboot? Ah, keine Ahnung. Oh, ein Paddel. Oh, ein paddelloses Boot. Trap, trap, trap. Ich such mir noch mal einen Paddel auf der Insel. Wehe, du tötest einen Schwein, Junge. Ach komm schon, einmal probieren. Dann geht's dir, aber... Wer hat das Schwein angebracht? Ich hab nichts gemacht. Meeting! Meeting! Ganz kurz. Wave. Na, sehr cool. Du wirst nie wieder schwimmen. Okay, das wuchs mir danach. Ausgezeichnet. Nice. Sehr gut, okay. Problem gelöst. Aber ich wollt grad angehen. Kann man nicht auch Leute schießen? Du kannst in die Frantify, gibt's nicht. Nee, warte mal. Äh... Oh fuck, ich hab das Schwein auch gejagt. Alter, ernsthaft? Das gibt den ersten Strike, Junge. Die erste Verwarnung. Geh mal in die Kanone, geht das? Bei 3 fliegst du vom Schiff, oder? Kanone entladen. Warte mal. Nein, komm mal zu mir. Kannst du da reingehen? Die Strike-Glocke geläutet. Gut gemacht. Warte mal, steht da in Kanone klettern. Ja, Mann. Ja, mach mal. Geh mal. Stimmt, das hab ich mal im Trailer gesehen. Äh, warte. Ja! Wie macht man das? Scheiße, wie bloß der Kling ist. Wie klettert man da rein? Von vorne wahrscheinlich. Wollen in die Spitze gehen oder Scheder nirgendwann, ohne klettern. Ja, ganz vorne. Cool, ich will auch. Bist du auch? Komm her zu mir. Los, Izzy, rein nach. Schieß mal bitte. Schieß mal bitte. Schieß aber hoch. Ja, richtig hoch. Izzy wird richtig hochgeschossen. Oh mein Gott. Aber ihr wollt nicht mit der Harpune nicht zurück. Alter, wie hoch kannst du denn zielen? Mach mal bitte. Schieß doch mal. Ich will erzählen, wie das aussieht. Das war im VR, Alter. Oh mein Gott. Wie war das irgendwie? Bevor Schweine fliegen lernen? Izzy, du hast es geschafft. Ich hab Schweinefleisch von der Insel gesammelt mit der Harpune. Na wo kommst du denn her? Ich bin so klein. Unglaublich, ey. Unglaublich. Ach, das sieht aber aus. Was sah aber fliegen auch so schön aus? Oh. Ach, man hört doch mal auf, wie viel du holst. Warte mal, kann man so die Schweine rüberholen? Ja, bestimmt. Das stimmt. Wenn du in die Haustöcke fliegen, wenn du da rinschiehst. Hier holt mich gleich erstmal. Ich muss erstmal einen Fisch mir jetzt holen. Warte, warte. Ich versuch dich zu treffen. Angeln ist gar nicht so leicht, Alter. Du musst erstmal das System raffen. Wir holen alle rein und warten. Ja. Na ja. Yeah. Danke. Ich sag doch, wir werden hier nicht viel spielen, sondern wir spielen. Ist egal, das ist so schön und lustig. Komm, Schwein! So, habt ihr es jetzt oder was? Habt ihr fertig gespielt, Kinder? Ich hab noch kein Schwein gefangen. Feuer, fahr mir nicht los. Das werden wir noch sehen. Izzy, Anker. Okay. Warte, ich hole Red rüber. Red rüber. Warte mal stehen, Red. Am besten nicht im Gebüsch, weil ich dich nicht sehe. Okay, ich hab dich. Oh, ich hab grad gekotzt. Warum hab ich jetzt gekotzt? Ist ja widerlich, Alter. Aufs Deck, oder was? Wischst du es weg? Ja, hier, tatsächlich. Ach du Scheiße. Was mach ich jetzt damit? Ich drück dich im Gesicht rein, Junge, bis du es nicht mehr machst. Alter, mach das weg. Izzy, geh mal runter, da muss geputzt werden. Alter, was ist denn los mit dir, Junge? Bist du federlich? Los, drück, Junge. Ich drück doch du. Ja. Drück du doch, Mann. Der hat er doch gerade aus, der ist tief aus dem Magen, Alter, hat er gedrückt. Los. Okay. So, woher kommt der Wind? Okay. Okay, wir nehmen Fahrt auf, nice. Oh, das Boot kommt nicht mit, oder? Doch, das müsste eigentlich sein. Oh, ja, jetzt. Ach, cool. Geil, da müssen wir nämlich auch nicht mehr so nah an die Inseln, sondern können theoretisch dann hinpaddeln. Oder halt schwimmen. Ich guck mal unter Deck, ob wir noch ein Paddeln. Du darfst mich nur noch schießen. Guck mal. Nimm einfach ne Latte oder so. Okay, das war's für das Paddelboot. Mach's gut, Paddelboot. Ist's kaputt? Nee, es ist einfach das Harpunding ist gerissen. Das reicht wahrscheinlich nicht so lang. So weit. Armes Boot. So, wo fangen wir jetzt hin? Eine Trauerminute, bitte. Sie hat ein Auge auf die Karte, okay, gut. Ja. Ein bisschen nach links. Ganz bisschen. Das steuert keiner gerade. Ach so. Schön. Fährt autonom, okay? Denkt ihr an den Anker dann? Gegebenenfalls? Ja, ich stell mich hin. Okay. Ihr habt einen Überblick, ne? Ihr sagt Bescheid. Ja, ja, noch ein bisschen nach links. Ich seh alles, ja. Wollen wir die Munitionsküste hier lassen? Ist es nach links? Links! Links! Wir fa... Oh, wir... Hau mal den Anker rein, Red. Ja, hab ich schon. Oh, oh, oh! Oh shit. Soll ich die jetzt rüberbringen, oder? Ja, mach's. Das kann man jetzt hier auf die Insel machen. Man kann doch mal so ein bisschen Kanonenkugeln und so mitnehmen aus. Muss man die kaufen oder was? Wieso hab ich die denn gedroppt? Ja, die ist mir eben entgegen geflogen. Du wolltest mich damit erschlagen. Wo ist die denn hin? Ich hab die Kester gedroppt. Hä, ich hab die eben noch gesehen, die hat mich fast erschlagen. Ich hab die, Mann! Alter, ich wusste, 20 Stunden Aim-Training, Alter, ein Kovacs-FPS-Aim-Training. Die bringen was, Junge. Lass ihn mal fallen. Ich wusste es einfach. Lass ihn mal fallen. Oh, Mann, ey. Nein, du hast mich nicht herangezogen. Hallo! Ich kann auch eine neue Quest mitnehmen. Okay, ich hab ihn jetzt gegeben. Gib ihm. Wow, 93 Gold, Alter. Krass. Was? Ich hab 3000 bekommen. Nehmen wir eine neue mit? Oder gucken wir jetzt, was wir diese andere Kiste da hinten haben? Äh, jetzt nehmen wir mal. Ich sauf jetzt erstmal was. Und ihr könnt ja überlegen, was wir als nächstes machen. Ich klau hier Kokosnüsse. Prost, mein Freund. Wie hast du denn was gemacht? Wir müssen gerade stoßen. Wir haben auf dem Boot auch schon ein paar, aber noch nicht so viel. Kurk. Naja, ich hebe jetzt den Kurk, Alter. Leck mich dran am Arsch. Prost. Ausrüstung. Kurk. Wie viel ist denn da drin? Alles. Direkt noch reinkippen, Junge. Cheers. Endlich kann ich nicht nur in echt, sondern auch virtuell saufen. Geil. Oh Gott. Nach drei Bier, was ist denn das für eine Pussy, Alter? Da kann ich das Segel nicht mehr hissen. Unglaublich. Kann man auch trinkfest werden? Ja, ich hoff doch. Alter. Alter, ich muss mich gleich übergeben. Das ist mal ein anderer Grind, Junge. Alter, ich kann nicht mehr durch die Tür gehen. Boah, Izzy, Alter. Sagst du schon immer so gut aus? Pastian, wenn ich jetzt so Instrumente spiele. Sagst du ja auch so, jetzt auch zuzugucken. Oh Gott, ich hab in den Krug gekotzt. Egal, weiter geht's, Alter. Ein echter Segel, ich bin so raus voll gekotzten Krugern. Boah, Alter. Das hat so gut geschmeckt, gleich nochmal. Geh mir noch einen, Bitch. Boah, ich kotze alles voll hier, ey. Alter. Ihr kotzt aus meiner Sicht. Ihr habt mich angekotzt, ich hab das. Alter, mein ganzes Bildschirm ist voller Kotze. Boah, ne, der kam mehr auf, ey. Wo soll ich denn? Wo soll ich denn kenn... Dann hält das denn an, Alter? Und ich weiß... Bis zum nächsten Mal.